Was ist dein Name, wo du gespielt hast? Ich frage uns zuerst mal deinen Namen, wo du gespielt hast. Louis Klapperich, in der Jugend bei Tuskoblins angefangen, dann zum FC Händler von 5. Ab da dann die U17 Bundesliga, U19 und dann zwei Jahre bei der ersten Mannschaft. Wie alt bist du jetzt? 21. 21. Wie sind deine ersten Eindrücke hier beim FH Engers? Auf jeden Fall sehr gut aufgenommen worden. Ich kam ja mit Armbruch hierhin, immer noch gebrochen und konnte daher am Anfang nicht richtig mittrainieren. Aber ich wurde gut aufgenommen von den Jungs, mitgenommen und sehr gut. Was waren die Gründe, hierher zu kommen? Neue Herausforderungen, mehr Spieltage, auf jeden Fall auch ein weniger Weg für mich. Zehn Kilometer. Vorher hatte ich immer nur 55 Minuten, jetzt bin ich bei 45 Minuten Fahrzeit. Und das ist halt auf die Jahre verteilt. Schon für mich wichtig, mit weniger zu fahren. Mit 21 hast du bestimmt noch einige Punkte, an denen du arbeiten willst. Was wäre das zum Beispiel? Klar, ich will immer besser werden. Noch mehr Tore schießen. Sehr, sehr viel Erfolg für die Mannschaft. Was sind deine Stärken? Schnelligkeit, Torabschluss. Und welche persönlichen Ziele hast du für diese Saison? Richtung Torjäger auf jeden Fall, also viele Tore. Wenn möglich der Aufstieg, letztes Jahr sind wir aufgestiegen mit Teneff. Und dieses Jahr natürlich wieder. Okay, dankeschön. Gerne. So auf oath Hallo. Dann geht's das Dresdorf drauf hin. Ja.